Wir stehen hier auf dem Stand der Firma Novitec Rosso. Novitec Rosso befasst sich mit dem Thema Ferrari Tuning. Bei mir steht Herr Mörsdorf, Leiter der Pressestelle. Herr Mörsdorf, Ferrari und Tuning, wer lässt denn seinen Ferrari noch tunen? Also ein Ferrari, der die Werkzeilen in Maranello verlässt, bedarf keiner Verbesserung. Das ist auch nicht die Aufgabe von Novitec Rosso. Wir bedienen den Wunsch zur Individualisierung des Fahrzeugs. Jetzt stehen wir hier neben einem Fahrzeug, das doch sehr spektakulär umgestaltet wurde. Es ist matt-schwarz. Wie verhält es sich denn mit diesem Fahrzeug? Ist es ein normales Fahrzeug der Linie Novitec Rosso? Nein, dieses Fahrzeug ist eigentlich ein spezielles Projekt, was wir zusammen mit einem sehr bekannten Custom-Bike-Hersteller...